Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Elon Huang und Eva Trindl. Heute sind wir hier im Studio und wollen über Reisen berichten, denn Elon hat kürzlich eine Reise unternommen und zwar ein verlängertes Wochenende zu einem Magao Ökologie Park. Und da war ich natürlich neugierig, wo das ist und was man dort erleben kann. Elon, wo ist der Magao Ökologie Park? Das ist tatsächlich im südwestlichen Teil des Landkreises Ilan. Ilan liegt ja an der Nordostküste Taiwans. Und ja, da muss man halt nach Ilan fahren und dann kann man von Ilan aus, beziehungsweise Ilan gibt es halt mal die Stadt und dann gibt es den Landkreis Ilan. Und dieser Magao Ökologischer Park, ich weiß nicht genau, wie man sowas korrekt übersetzt, also auf chinesisch Magao Shantai Yuenchü, der liegt dann halt im südwestlichen Teil dieses Landkreises. Und das ist schon ein bisschen in die Berge, also etwa auf 1000 Meter bis 1400 Meter in den Bergen oder über Meeresspiegel war das. Ich habe dann ein paar Fotos gesehen, ich habe da im Internet ein bisschen geguckt und habe dann festgestellt, das sieht da sehr idyllisch aus, wunderschön, schöne Bäume und also eine wunderschöne Landschaft. Genau, also wir sind da nicht hingefahren, um Action zu machen tatsächlich. Das sollte ein ruhiges Weihnachtswochenende sein. Also wir waren tatsächlich da übers Weihnachtswochenende, um eben mal was Geruhsames zu machen und eben nett ein bisschen Weihnachten woanders zu feiern in einer ruhigen Gegend. Und ja, das ist alles in den Bergen, man kann dort spazieren gehen, wandern und je nachdem wie man das möchte, kann man eben normal spazieren gehen oder ein bisschen herausfordernder wandern oder bergwandern gehen. Und man kann da eben doch Fahrrad fahren und so weiter. Man kann da übrigens, das ist ungefähr 38 Kilometer entfernt vom, also wo wir gewohnt haben, dieses Hotel oder, das ist kein Hotel, das ist ein Resort, so ein paar Häuschen eben in den Bergen. Und das ist 38 Kilometer vom Bahnhof Ilan entfernt. Kann man da auch mit dem Fahrrad hinfahren? Genau, also ich habe es. Das ist sehr steil. Das ist ein bisschen steil, aber insgesamt dieses Hotel selbst oder dieses Resort selbst ist ungefähr nur auf 700 oder 800 Meter über Meeresspiegel. Das heißt, das ist also eine schöne Strecke. Also die meisten Leute fahren da eben mit dem Auto hin oder, wie wir das gemacht haben, man kann mit dem Zug bis nach Ilan fahren. Von Ilan aus, vom Ilan Bahnhof aus dann mit einem Shuttlebust dann dorthin fahren. Über so ein, das dauert ungefähr eine Stunde, die Fahrt dorthin. Aber das ist auch eine ganz schöne Strecke, wenn jemand gerne Fahrrad fährt. Ich habe auch Leute gesehen, die sind mit dem Auto dorthin gefahren und haben ihre Fahrräder mitgenommen. Aber man kann da eben auch mit dem Fahrrad hinfahren und dann auch da selbst Fahrradtouren machen oder so. Das ist, also ich finde, also jedenfalls, wenn man so ein bisschen bergig mag das, dann ist das schon eine schöne Strecke zum Fahrradfahren. Oder man braucht aber auch ein besseres Fahrrad. Also mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung kommt man da wahrscheinlich nicht hoch. Ja, wahrscheinlich dann. Oder man muss kombinieren, gehen und schieben oder so. Oder ja, man kann natürlich auch ein Elektrobike, also ein Pedelec haben. Ja, das könnte man auch. Bleibt stecken in der Mitte dann, wenn man keinen Strom mehr hat. Ach ja, das stimmt. 98 Kilometer bei einem guten Pedelec müsste das gehen, ja. Also entweder Auto, Zug und Shuttlebus oder ja, man sucht sich andere Möglichkeiten. Manche, die sind vielleicht zu mehreren, mehrere Leute unterwegs, die nehmen da vielleicht dann auch ein Taxi oder mieten sich so einen Wagen oder so. Ja, genau, richtig. Und ihr habt da übernachtet in diesem Ressort? Genau, wir sind da drei Tage und zwei Nächte gewesen. Sind das Hütten oder gibt es da wie so ein Hotel mit Zimmern oder auch Blockhütten? Also keine richtigen Hütten, das sind meistens, das sind kleinere Häuser, das sind mehrere kleinere Häuser. Ich glaube, das höchste ist drei Stockwerke, zwei oder drei Stockwerke auch. Also es sind keine Einzelhütten, soweit ich das gesehen habe, es sind alles so kleinere Häuser, ja. Also fast über dieses Grundstück verteilt, ja. Und dann erzähl mal, was ihr da so unternommen habt. Spazieren gehen oder irgendwas angucken, was ist da geboten? Also da gibt es, also dieser Magao Park hat eben drei Anlaufpunkte sozusagen. Einmal unseren Qilan Resort, dann gibt es da noch den Ming-Chi Resort. Das ist so ein See, ne? Das habe ich gesehen, so ein Foto sieht wunderschön aus, so richtig idyllisch. Genau, das ist dann auch so ein Resort, wo wir gewohnt haben, aber das ist eben nah an einem sehr schönen Alpensee. Na gut, das ist nicht in den Alpen, aber so ein Alpinasee oder Bergsee. Genau, also der ist glaube ich noch, der scheint auch höher zu sein als unser Resort. Ich glaube, dieser See ist auf ungefähr 1500 Meter oder so in etwa, oder dieses Resort da, ja. Und dann der Höhepunkt ist wahrscheinlich, oder das Highlight von dieser Gegend ist Shemuchu. Also das ist ein Park der göttlichen Bäume. Da sind lauter Scheinzypressen, da komme ich dann gleich noch darauf zu sprechen. Da sind wir nämlich… Sehr bekannt, ne? Genau. Das ist dieses Qilan, weil ich gesehen habe, das ist in der Nähe, da ist das dieses Qilan-Gebiet. Shemuchu, ja. Am zweiten Tag, aber am ersten Tag, wo wir da waren, man kann bei uns, bei diesem Qilan-Resort kann man eben einmal einfach da auf diesem großen Grundstück rumspazieren. Da sind viele, viele Bäume, verschiedene Bäume und so. Und da kann man auch eine geleitete Tour machen, da erklären die einem eben die Geschichte dieser Gegend. Und das war früher eben auch so eine Art Baumschule, in erster Linie um Bäume zu züchten, eben für die Holzindustrie und so weiter. Und da sieht man heute eben, es sind sehr, sehr viele verschiedene Bäume und die werden einem dann dort auch erklärt und so weiter. Und da wird einem dann auch ein bisschen über die Holzwirtschaftsgeschichte, genau, Forstwirtschaft genau, von dieser Gegend da erzählt und erklärt. Da gibt es ein kleines Museum mit lauter alten Instrumenten oder Werkzeugen, also mit riesengroßen Sägen aus ganz alter, vor 50, 60 Jahren oder so oder aus den 1960er, 1950er Jahren, als man dann auch richtig so Bäume mit alten Sägen gefällt hat und so weiter und andere Werkzeuge. Das wird einem da alles so erklärt. Und gleichzeitig passiert das alles in einer sehr, sehr schönen Landschaft. Man hat von einer Stelle aus auch so einen Blick auf drei Flüsse. Das ist der Fluss Lanyang, Douwang und Tiangu oder so ähnlich. Den dritten habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, den dritten Fluss. Aber man sieht, wie drei Flüsse da an einer Stelle sich treffen und man sieht das eben von oben, von den Bergen da auf diesen Fluss drauf. Und das ist also sehr, sehr schön. Und der einzige Nachteil in dieser Zeit war eben so Weihnachten und es war ein bisschen kalt. Also für mich persönlich wahrscheinlich Sommer ist ein bisschen schöner, weil es dann da auch nicht sehr heiß ist. Das ist dann vielleicht so 25 bis 30. In den Bergen ist es wahrscheinlich sehr angenehm dort. Genau, richtig. Aber selbst bei den etwas niedrigen Temperaturen, das waren so 15, 16 Grad glaube ich, als wir da waren draußen. Das ist eigentlich zum Spazierengehen und Wandern optimal. Ja, optimal ist für mich was anderes. Also ich spaziere und so, doch lieber gerne bei 25 Grad und so. Aber es war okay. Das war sehr, sehr schön. Ja, das hat man da gemacht. Da natürlich musste man sich stärken und so. Da gibt es eben doch was zu essen. Es gibt zwei Sachen. Es gibt überall in Taiwan was zu essen. Erzähl mal, was gab es da zu essen. Und das Witzige ist, also das eine ist ein Restaurant, so ein chinesisches Restaurant halt oder wo es chinesische Speisen gibt. Da frühstückt man auch und dann Mittag, das gehört dann mit zum Zimmer. Zum Ressort. Zum Zimmer mit. Und dann kann man aber sonst Mittag und Abendessen dort auch. Das muss man dann extra bezahlen und so weiter. Das ist die eine Alternative. Da haben wir dann tatsächlich am ersten Mittag gegessen. Zum Abend wollten wir dann die sogenannte Canyon Bar ausprobieren. Das ist eine Outdoor Bar oder so. Das heißt, man saß halt draußen. Mit einem super Blick in die Berge und auf einen den Fluss. Und das Problem ist natürlich nur, es war eben dann abends und es war natürlich kalt. Das heißt, wir saßen dann da und wir waren auch dann die einzige Familie, die da gesessen hat zum Abendessen. Und da gab es dann halt Pizza und Nudeln und so ein bisschen Kuchen und so weiter. So Kleinigkeiten eher so. Genau. Also wir haben dann auch gleich mehrere, weil wir waren sehr kleine Pizzen, da haben wir gleich mehrere Pizzen und mehrere Nudeln bestellt. Muss man ehrlich sagen, die sind aus der Mikrowelle gewesen, haben wir gemerkt. Aber es war okay. Wenn man eine schöne Landschaft hat, gute Luft, dann schmeckt eigentlich alles. Genau. Und dann das Witzige war, da ist dann wohl jeden Abend so ein Musiker, der spielt auf dem Klavier oder so. Und muss ich sagen, Hut ab. Also bei der Kälte da stehen und naja, vielleicht macht Musik ja warm. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat er dann so ein Abendkonzert gegeben. Aber das war sehr lustig. Der Clue, das Witzige an diesem Canyon Bar, an dieser Canyon Bar war, dass am letzten Tag sind dann auf einmal Affen aufgetaucht. Also die Wim, die Gegend da, da sind wohl die ganze Zeit Affen. Sowieso Makaken, ne? Genau. Und dann am letzten Tag, dann Sonntagmorgen jedenfalls, sind die dann auf einmal da aufgetaucht und dann vor unserem Hauseingang und auf dieser Terrasse und beim Canyon Café rumgelaufen und so weiter. Die haben Sonntagsausflug gemacht. Genau. Ich war gerade ganz früh morgens eben raus, hatte was besorgt und kam zurück und dann sprang auf einmal irgend so ein Tier vom Dach runter und ich dachte, oh, schon wieder eine Katze. Und dann gucke ich genau hin, oh, das ist gar keine Katze, das ist ein Affe. Und ja, dann liefen auf einmal ganz viele Affen da. Da habe ich noch schnell meinen Sohn rausgeholt. Ich dachte dann, ich dachte, es seien nur ein oder zwei Affen und die sind dann ganz schnell weg. Aber dann, als wir rauskamen, dann konnte man lauter Affen noch sehen, auch die dann bei der Canyon war, auf dem Schirm rumsprang und so weiter, ja. Aber ja, das war der erste Tag, wo wir da in der Gegend rumspaziert sind und uns erklärt lassen haben und dann irgendwas gegessen haben und so weiter, ja. Und am zweiten Tag sind wir dann halt zum Highlight, genau. Zu den göttlichen, heiligen Bäumen. Bäumen, genau. Und da muss man eine Stunde ungefähr nochmal mit dem Bus fahren. Das ist auch eine sehr, man muss einen gesunden Magen haben. Okay, so eine richtige Bergstraße mit hin und her und eng. Genau, richtige Bergstraße hin und her und so. Also ein Kleinbus, ist das ein Shuttle oder? Ja, das war ein kleinerer Bus für ungefähr 20 Leute oder so, ja. Und dann sind wir da hoch und so und ungefähr eine Stunde. Auch bei der Fahrt schon, ist ja abenteuerlich, ein bisschen sehr kurvig und man guckt auch immer ins Tal runter. Aber auch schön, ne? Aber es ist eine sehr schöne Landschaft, ja. Es ist unglaublich schön. Und dann sind wir oben angekommen, dann gab es erst mal Mittagessen. Die haben da eben am Eingang zu diesem Park, gibt es dann halt so ein kleines Häuschen und eine kleine Raststätte mit Toilette und so weiter. Also richtige, schöne Toilette tatsächlich. Also somit richtig gebaut. Nicht solche tragbaren Toiletten hingestellt, sondern richtig Toiletten. Und dann eben da eine kleine Station, wo man eben, ne Raststätte, wo man was essen kann. Da haben wir dann vorher eben schon so Bien-Dang-Lunchboxen bestellt und dann konnten wir die essen. Bei den Temperaturen sind die zwar alle kalt gewesen, aber war okay. War mal gestärkt und dann ging es los. Wir sind ungefähr zwei Stunden da durchgelaufen. Nicht alleine, sondern eben mit Führung. Das ist so ein Park. Bei diesen heiligen Bäumen oder göttlichen Bäumen handelt es sich um Scheinzypressen. Die Scheinzypressen sind keine echten Zypressen, sondern es sind Scheinzypressen. Es gibt da fünf bis sieben Arten, je nachdem, wie man zwei Arten noch unterteilt. Ob man zwei Arten als Unterarten nimmt oder ob man zwei Arten als eigenständige Arten nimmt. Und von diesen sieben, fünf bis sieben Arten kommen zwei eben auf Taiwan. Das sind endemische Arten. Das sind endemische Arten, genau. Und zwar heißen diese Scheinzypressen dann Chamazypress Fomocensis. Auf Chinesisch ist das die Hongkwai. Und dann die andere Art ist Chamazyperis taiwanensis. Das ist entweder eine eigene Art oder je nach Wissenschaftler eine Unterart der Hinoki-Scheinzypressen. Auf Chinesisch Bienbo. Und der Leiter hat auch immer entweder Bienbo auf Chinesisch gesagt oder Hinoki. Also viele Leute haben dann immer Hinoki gesagt. Also Hinoki, das ist dann eben eine Scheinzypressen aus Japan. Und da sind Bäume eben, die sind schon bis zu 2500 Jahre alt. Das hat mir mein Vater früher immer erzählt. Er hat mir früher immer erzählt, dass es Bäume in Taiwan gibt, die so alt seien wie Konfuzius. Und tatsächlich habe ich ihn jetzt endlich gesehen, den Konfuziusbaum. Und zwar, der Leiter hat uns da erzählt, es gibt noch 62 Bäume, die schon ursprünglich da waren. Die anderen Bäume, die da inzwischen sind, die wurden dann später dann angepflanzt oder gesät, angepflanzt. Und das macht man bei Bäumen. Aber das andere sind 62 Bäume. Der jüngste ist fast 400 Jahre alt und der älteste, wie gesagt, ist etwa 2500 Jahre alt. Das ist der Konfuzius. Das ist der Konfuzius, genau. Der König der Bäume, der Baum der Bäume sozusagen. Genau, richtig, ja. Die haben alle einen Namen von diesen wirklichen Originalbäumen da. Die haben alle so einen Namen. Und die Namen aus der chinesischen Geschichte tatsächlich. Und diese Namen sind ungefähr so ausgesucht, passend zu dem Alter. Das heißt, ja, der Baum, der so alt ist, wie Konfuzius, heißt Konfuzius. Denn der andere ist ungefähr so alt wie, also dieser 400 Jahre alte Baum ist ungefähr so alt wie Zheng Zhenggong. Und heißt dann eben auch Zheng Zhenggong. Und dann, ich glaube, viele Zuhörer, für die ist es Koxinga, ja. Die kennen ihn besser unter dem Namen Koxinga. Genau. Und dann, der höchste Baum ist 44 Meter hoch. Und der ist nach einem Literaten, Historiker, Politiker aus der Nord-Zong-Dynastik benannt, Ouyang Xiu. Die haben alle eben ihre Statistiken. Da gibt es überall ein Schildchen, wie da heißt der Baum, wie hoch und wie dick und so weiter. Und dann eben natürlich der dickste Baum, der hat einen Durchmesser von 4 Metern oder 4,14 Meter, um genau zu sein. Ich glaube, das wird auf Brusthöhe gemessen, so wenn ich das richtig verstanden habe. Der ist ungefähr so alt wie die Han-Dynastie und ist dann nach einem alten Historiker aus der Han-Dynastie benannt, Sima Tian. Und dann gibt es auch so andere Bäume. Der eine heißt Zheng He oder der andere heißt Genghis Khan und so weiter. Also alle aus dieser Periode bekannte Persönlichkeiten. Genau, ja, Persönlichkeiten sind wir dahin durchmarschiert. Das ist kein anstrengender Spaziergang, aber sehr, sehr interessant. Anstrengend wurde es durch den Reiseleiter gemacht. Der war tatsächlich sehr gut zu Fuß. Ich wollte immer ein bisschen an der Spitze sein, damit ich Videos machen kann für uns, ohne dass eben Leute da drauf sind oder so. Aber jedes Mal, sobald ich losstürzte, hat er mich schon überholt und lief an der Spitze da laut. Und er war sogar noch älter als ich, also war sehr gut zu Fuß. Aber wenn er nicht so gehetzt hätte, dann wäre es gar überhaupt nicht anstrengend gewesen. Aber das ist ja leicht zu gehen alles. Gute Fußwege und so weiter. Also auch für Kinder geeignet oder für Leute, die jetzt nicht wirklich sehr, sehr sportlich sind. Genau. Man braucht auch keinen Wanderstab oder irgend sowas. Genau, kann man mitnehmen, wenn man möchte. Ja, gute. Was würdest du das empfehlen? Ich glaube, Turnschuhe reicht. Wenn es nicht regnet oder sehr nass ist. Genau, Turnschuhe reicht, aber ja, das ist überhaupt nicht anscheinend nicht betoniert. Aber es ist halt so Waldwege. Das sind sehr bekannte Bäume. Ich kenne verschiedene Wälder in diesen Höhen. Die sind auch ohne berühmte Bäume, sehr, sehr schön. Die haben so ganz gerade Stämme. Genau. So hoch, gerade. Das hat eine ganz besondere Atmosphäre. Oder ist das auch so ein Waldstück mit so geraden, hohen Bäumen dann? Ja, das ist natürlich auch, warum die so wertvoll waren da sind. Weil die sind eben sehr gut geeignet. Einmal die Art des Holzes, aber auch wie die gewachsen sind. Macht die halt sehr geeignet für die Holzindustrie. Und deshalb hat man die auch früher eben gerne abgeholzt. Es gab ja auch eine sehr große Holzindustrie schon seit der japanischen Kolonialzeit. Da gibt es das eben, da sieht man das. Das sind also sehr beeindruckende Bäume, wenn man da vorsteht und so. Es ist wirklich traumhaft. Und wo du das sagst, die japanische Zeit und so. Die Japaner haben ja dann zum größten Teil die Ureinwohner oder die indigene Bevölkerung in dieser Gegend gezwungen, eben diese Bäume zu fällen und dann ins Tal zu bringen oder dahin zu bringen, wo die verarbeitet werden sollen. Und hier ist das ja auch passiert. Und es gab mal vor zehn Jahren, glaube ich, oder so einen Spielfilm, Cedric Valley. Und dann Teil dieses Films ist dort auch gedreht worden in diesem Waldstück. Und wenn man da so steht, man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen irgendwie so, dass dann die Leute dadurch entweder sich verstecken oder jemanden auflauern oder eben, ja, oder natürlich auch sich vorstellen, wie sie die Bäume fällen und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, die sind sehr wertvoll, diese Bäume. Und das heißt, man schlägt die heute nicht mehr. Die dürfen nicht mehr abgeschlagen werden. Aber es gibt eben gewisse Gegenden in Taiwan, wo man eben solche Bäume, wo man keine Bäume abfällen darf oder eben gewisse Bäume darf man nicht fällen. Aber weil die halt so wertvoll sind, gibt es immer Leute, die sowas versuchen. So illegal machen, die nennt man dann Bergratten, San Laosu. Genau. Und dann sieht man manchmal, sieht man auch bei manchen Bäumen, sieht man Spuren, dass jemand versucht und wurde wohl erwischt. Manche, die schlagen nur so ein Stück raus dann. Genau, ein Stück reicht ja auch schon manchmal. Aber mein Vater hat mir damals mal erzählt, er ist ja Forstwissenschaftler und hat mir damals mal erzählt, es gab dann natürlich, wenn er das studiert hat in Taiwan, dann gab es die Wahl, ob er eben Wissenschaftler oder Wirtschaftler, also Forstwissenschaftler, Forschung machen will oder wirklich dann eben Wirtschaftler, wo er dann eben sich um diese Wälder kümmern muss und so weiter. Und er dachte, damals war ihm das zu gefährlich. Weil er hat eben Freunde auch in dieser Industrie gehabt. Und da kann es dann immer passieren, dass man eben so auf solche Bergratten dann stößt. Und das ist nicht unbedingt immer ungefährlich. Aber das war ja, das war dann der Höhepunkt am zweiten Tag. Und den haben wir dann am Abend noch mit einer kleinen Bestehung abgeschlossen. Und dann gab es eben noch den leichten Ausklang am dritten Tag mit den Affen. Mit den Affen. Und dann würdest du sagen, auch wenn Leute nach Taiwan kommen als Touristen aus dem Ausland, wäre auch geeignet für so ein Wochenende oder da mal hinzufahren zu diesen Bäumen. Ist auch gut zu erreichen im Prinzip. Ja, das ist sehr einfach zu erreichen. Wie gesagt, wenn man mit dem Fahrrad begeistert ist, kann man sich in Ilan auch ein Fahrrad leihen oder so gute Fahrräder gibt es da auch. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön, wenn man mal was anderes sehen möchte oder ein bisschen Natur erleben möchte und ein bisschen Ruhe haben möchte. Die berühmtesten Bäume Taiwans sehen möchte. Genau, die berühmtesten und ältesten Bäume Taiwans, ja. Ja, Ilan, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du von deinem Ausflug, von deiner Reise, dem verlängerten Wochenende zum Makao Ökologiepark erzählt hast und ins Chilan-Gebiet zu den berühmten Bäumen. Vielen Dank. Gern geschehen, hat mir sehr viel Spaß gemacht.